Übung 5 Treppensteigen Steigen Sie Treppen. Nutzen Sie dabei ausschließlich die Kraft Ihrer Beine. Ein Geländer kann Sicherheit geben, soll die Beine aber nicht entlasten. Steigen Sie 10 Treppenstufen. Steigen Sie 10 Treppenstufen in einem schnelleren Tempo. Halten Sie sich am Geländer fest. Steigen Sie 2 Treppenstufen auf einmal. Wiederholen Sie die Übung 5 Mal. Versuchen Sie Treppensteigen so oft wie möglich in Ihren Alltag zu integrieren. Steigern Sie Ihre Beinkraft und gehen Sie Treppen, anstatt Aufzug oder Rolltreppe zu fahren.